8700 sollte hinhauen wave 74 75 so eine scheiße geht sie gerade nicht ausgörig ok wo ich 76 kleine stößchen hier haben aber auch noch hingekriegt dafür haben wir den jetzt wave 77 wisst ihr was ich bin jetzt ganz unverschämt wir machen hier nur irgendwie so eine spike factory her linke seite so jetzt kommt 78 jetzt brauchen wir einen haufen da kommt so ein riesiger stoß des weise nur glaube ich zumindest ich lasse mal lieber langsam ich trau dir nicht da ist er genau das meine müssen wir alles zuspiken sonst haben wir ein richtiges problem hat aber funktioniert sehr schön so wave 78 die hammer da kommt nicht noch so ein dreck stoß man weiß es ja nicht ne kommen nur normale bosse das ist ok liegen auch genug spikes hier jetzt das ist jetzt nicht mal so schlimm ja gut der kleine stoß da ist nicht so schlimm so wave 79 geht doch jetzt machen wir hier die dicken dann das machen wir hinten dann natürlich auch noch sobald ich mehr kohle habe also wave 79 läuft läuft sogar saugut so jetzt haben wir das auch auf max wunderbar wave 80 81 82 89 bisschen ungut hier so jetzt haben wir den scheiße hier auf max das sollte eigentlich ganz praktisch jetzt sein was könnte man denn noch machen vielleicht noch so ein so ein dings dahin dann machen wir hier hin da soll mir den stärksten raus sollte hinhauen haben wir den hier eigentlich auf max jo den auch gut und den bald jo alles wunderbar einmal auf max so jetzt verkaufen wir das hier und werden uns noch irgendeinen schönen tower kaufen mhm besten vielleicht sogar ein heli heli ist ne gute idee heli zack zack schön folgen das kriegt er auch und wir geben hier noch eine unverschämte spike factory hin mit der rechten seite auf max wenn ich dann wieder kohle habe also wave 84 haben wir so das läuft ja wunderbar hey geh weg hier heli bis in den weg so wave 85 die letzte wave kommt der scheiße da aber das sollte jetzt wirklich kein problem sein alles zu hier und ruhe ist im karton fertig gefistet wurden die bloons so jetzt könnte man eigentlich nur ein bisschen weitermachen ist halt ein freies spiel jetzt wird sicher lustig wave 86 recht weit wenn wir nicht kommen aber das ist ja nur für spaß hier ich habe da nicht die perfekte verteidigung aber eine ganz lustige aufgebaut so könnte man vielleicht nur ein supermanke gebrochen frage ich es mal wohin oder genau ein zweites apfendorf das mach mal das ist ne idee sollte ja auch nicht zu teuer sein davon es müsste gehen ups nicht gut nicht gut nicht gut aber so halbwegs läuft es eigentlich der heli ist ganz brauchbar so zweites Auge haben wir wave 88 ich bräuchte den zweiten supermankei eigentlich wisst ihr was den machen wir hier hin zuerst mal range jawohl schön gezündet die scheiße hier der hat aufs maul gekriegt das hat gesagt die gegner haben wir aufs maul gekriegt so starke verteidigung brauchen wir hier aber das läuft zumindest so halbwegs ähm wir müssen den nur upgraden hier so ok wir sind wieder mal weiter ähm den werden wir dann auf max hier haben wir schon sehr schön wave 90 ja 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 Nur so halbwegs läuft es eigentlich. Ich überlege gerade, was wir noch bauen könnten. Am besten noch ein paar Blumenchipper gegen die Bosse, die sind immer gut. Die helfen immer, wenn man hier Platz hat. Das ist schon alles zugebaut hier, das ist halt der Scheiß. Aber so halbwegs geht es. Ah, da war noch Platz, komm. Hier, 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 da irgendwo. So, immer schön den Stärksten rausziehen. Das rockt. Na, du auch. Das ist die gar nicht erst durchkommende Sauhunde. So, Wave 91, weiter geht der Spaß. Das geht ganz gut, wenn die eingesaugt werden wie Sau. Perfekt. Könnte man einen zweiten Heli sogar noch machen. Das schadet auch nicht. So, schön folgen. Wave 92. Ein, zwei Supermonkeys wären vielleicht jetzt auch nicht so verkehrt, sagen wir mal. Oh, jetzt kommen sehr viele Grüne. Das wird lustig. Aber ist auch sehr viel Damage da, also das läuft eigentlich. Jo, wunderbar. So, jetzt haben wir uns einen kleinen Vorsprung hier geholt. Ist ja gleich wieder ready. Alles wunderbar. Wave 92 haben wir. Ah, so, jetzt haben wir wieder Kohle. Dann bauen wir am besten hier noch so einen Supermonkey. Diese Supermonkeys sind ganz praktisch. Zwar sauteuer, aber hauen wenigstens gut raus. So, die haben keine Chance im Moment, die bei uns. Das läuft. Wave 93 haben wir. Kommen wahrscheinlich sogar noch bis Wave 100. Also das könnte ja hinhauen. So, Wave 94. So, Wave 94. Okay. So, Wave 94. So, haben wir die Wizzle zurückgedrängt hier. Jo, läuft wieder. Irgendwas können wir uns nur leisten, was Hübsches. Überlege gerade was. Die wäre noch nicht so schlecht in der Mitte. So, wieder gecleared. Schauen wir mal, ob wir die wohin können hier. Da ein Plätzchen ist, aber da ist nirgends Platz frei. Das ist so scheiße. Ich habe schon keinen Platz hier für Tower. Hier kann man hin. Das geht. Aber ich würde den gerne weiter vorne, weil da hinten bringt er auch nichts. Da war aber das Platz. Ja, da außen, das bringt auch nichts. Aber okay. Besser wie nix. Da unten vielleicht noch. Lass mal wo hinsetzen, du Sau. Kein Platz hier, Leute. So, was können wir noch machen? Schauen wir mal von der Range her. Wir könnten noch so ein Affendorf hier hinter bauen. Dann habe ich da hinten nur eins. Das schadet auch nicht. Kohle haben wir ja wirklich genug. Wave 95. So, kommen ein paar Krügel. Aber nur ein paar. Geben irgendwie extra Gas, wenn man das aktiviert. Zumindest kommt man das so vor. Auf jeden Fall hauen sie gut rein. So. Dann hauen wir hier eine volle Artilleriesalbe hin. Und hier ebenfalls eine volle Artilleriesalbe. Hilft auf jeden Fall auch. Das hilft sogar ziemlich. So. Geben wir das mal. Ein paar Nägeln hinkaut. Lass mal wieder mal ein bisschen zurückstoßen hier. Da unten könnte ich auch was zum Aktivieren brauchen. Aber irgendwie haben wir da zu wenig. Ich werde hier nur einen zum Aktivieren hin. Und da hinten auch noch. So, jetzt haben wir 15 Aktivieren. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann. Da hinten noch ein Supermonkey. Rechte Seite wieder. Und hier auch noch einen. Wir verbarrikadieren uns jetzt richtig hier. Wave 97. Also 100 reichen wir locker. Mal schauen wie weit wir kommen. Mal schauen wie weit wir kommen. Kommt nämlich ein bisschen viel an. Aber geht schon wieder. Und den Level. Hammer. Wave 98. Also da geht einiges füllen. So. 0-Mobbiv 98. Und Wave 99. Und habt ihr wartet schon auf uns? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020